Dass im Prinzip alles scheitert, dass es immer mal klappt und dass man nicht den Mut verlieren sollte, wenn Dinge nicht so laufen, wie man sich das vorstellt. Einfach immer weitermachen, immer weiter versuchen, das Beste geben, die beste Version, wenn man sich selbst zu werden. Flügel für euch. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020